Alle Augen auf den VW-Stand und seinen Future-Track. VW präsentiert hier in Genf seine neuesten Modelle. Nicht nur der neue Polo, sondern auch der überarbeitete und robuste Cross-Polo und der 75 PS Diesel Blue Motion. Er besticht durch einen Verbrauch von nur 3,1 Liter auf 100 Kilometer. Auch zu sehen sind der sportlich sparsame Blue GT und die neue R-Line. Auch der VW Scirocco erhält ein Facelift. Die Stoßstange erinnert mit ihren Blades an den Golf GTI. Sie unterstreicht den sportlichen Auftritt des Scirocco. Mit dem Golf GTE stellt VW einen sportlichen Hybrid vor. Der 1,4 Liter TSI und der Elektromotor haben zusammen eine Systemleistung von 149 Kilowatt und ein Drehmoment von 350 Newtonmeter. Rein elektrisch erreicht der GTE eine Geschwindigkeit von 130 kmh. Mit Unterstützung des Benzinmotors sind 217 kmh möglich. Die elektrische Reichweite beträgt immerhin 50 Kilometer. Die Studie T-Rock zeigt einen SUV auf Golfbasis. Baukastenprinzip sei Dank. Der Vorteil des modularen Querbaukasten ist darin begründet, dass wir sehr viele Module natürlich für dieses Fahrzeug schon nutzen können. Das heißt, es gibt die ganzen Antriebe bis hin zur Elektromobilität. Es gibt Erdgasantriebe. Es gibt die hocheffizienten Diesel, die Benziner. Es gibt die Allradtechnik. Es gibt im Prinzip schon alles im Baukasten und Lenkungen und so weiter, was wir nutzen können. So könnte VW den modern gestalteten T-Rock in vielen Variationen problemlos produzieren. Ob er jedoch wirklich auf die Straße kommt, hängt von der Resonanz der Kunden ab. Sollte genug Interesse von Seiten der Öffentlichkeit bestehen, will Volkswagen den T-Rock serienreif machen. Ich fand ihn zwar männlich, aber das stört mich nicht. Ich hoffe, dass der in Serie geht. Das hängt ja davon ab, ob die Resonanz positiv fällt. Es bleibt spannend und ich hoffe sehr für VW, dass es in Serie geht. Doch auch ohne den T-Rock hat VW bereits ein breites Angebot an Fahrzeugen für seine Kunden. Das hängt ja davon ab, ob die Resonanz positiv ist.